Die Welt der Zukunft wird sehr stark geprägt sein von neuen Ideen, neuen Geschäftsmodellen und zwar wirklich Prägso, also Durchbruchthemen. Und da gibt es weltweit eine Bewegung, die sich eben Startup nennt, die gerade diese Welt erschließt. Und natürlich suchen wir den Kontakt in diese Welt und versuchen auch für uns neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Vorgehensweisen mit diesen Unternehmen zu finden. Das Schaeffler Venture Forum dient hauptsächlich dazu, Menschen zusammenzubringen aus zwei Welten, aus der Startup-Welt, wo wir schnelle Prozesse haben, gute Ideen, kreative Menschen und auf der anderen Seite Schaeffler, ein robustes Unternehmen, das die Businessmodelle der Startups dann erfolgreich skaliert. Ja, wir schauen weltweit, welche Startups passen zu Ihnen. Zuerst nach der Technologie, dann nach dem Businessmodell. Und wenn beides passt, dann entscheiden wir uns für ein gemeinsames Projekt. Und wenn das erfolgreich ist, dann kann es auch zu einer Integration, zu einer erfolgreichen Integration in das Unternehmen kommen. Wir haben mit Autinity eines dieser Startups erfolgreich integriert. Das werden wir weiter ausbauen. Und ich erhoffe mir schon, dass wir aus diesem heutigen Event zwei, drei Startup-Strukturen finden, die wir näher an Schaeffler einbinden können. Wir sehen uns bei den nächsten Jahren. Bis zum nächsten Mal.